Dann können von mir aus jemand die Begrüßung machen. Der Jake, glaub ich. Ja, warum denn? Los, Jake, hol dich. Okay. Ein müdes Hallo, Servus, grüß Gott zuhause und willkommen zurück bei RACE07. Alle Strecken von A bis Z. Die Streckenvorstellungen gehen weiter. Wir sind allerdings immer noch in Curitiba oder wie das hier heißt. Diesmal auf dem nicht ganz so ovaligen Oval. Und mit dabei ist der Valvo. Servus, hallo. Und der Joker. Oral, oval, hallo. Grüße. Und der Jake ist auch dabei, oder Jake? Warte Kenny, hallo Kenny. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich dabei zu sein. Meine Frage, die ich habe ist... Was ist deine Strecke, wenn die Strecke mit A beginnt? Das ist eine gute Frage. Der Jake hat noch ganz vergessen, Strecken von 0 bis 9, die auch vorkämen. Der Jake hat auch wieder... Was heißt vergessen? Das blöde Spiel hat dem Jake wieder die Automatik-Einstellung verpasst. Da kriegt der Jake aber das Trotz. Sehr schade, Jake. OOOOH! Weg, Werner! Bei der 20. Person von sich redet. Aua. Aua. Ich habe Probleme mit Aufhängen. Yeah. Jetzt aber. Jetzt aber richtig weg, Werner. Ich bin so richtig liebensgewürzig. Achso, hier geht's lang. Nicht du so leicht anvernernst und du so richtig reinvernernst. Werner kommt. Ach nee, Werner kommt. Hab ich schon mal irgendwann gebracht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, die selben auch geleierten. Kreuzer kommt, heißt das doch. Kreuzer. Das ist die Christoph Maria Herbst. Ich bin schon. Das ist auch so eine Gülle. Hof 3. Man muss ja mit jem Idioten eine Krivi-Serie machen. Aua scheiße. Ja Jake, fahr doch ein bisschen langsamer und bleib in der Spur. Aua. Michaau. Michael. Der Michael, der Michael. Ja eh. Nino. Gleich hat der Arsch aber Kübel. Ich frage sich die Nachbarn wieder, wenn ich dazu besuche. Nino heute nicht. Ich bin gerade. Die Zeit war 44.444. Geil. Der Favus hat gleich 0,000. 46.444. Du dumme. Mit. Ja bitt nämlich. Sprich weiter Vaille. Du. Fah Fuz. Fuz. August du Fuz. August DU FahrFuz. Dat. Fahr doch du Fuz. schöner Name. Ah Foz repariert. Hau sofort zu! 540 2 2 0 Trag dir bei mir die Lichter an Lampe kaputt 3 Mir juckt's unten rum Kann man mal kratzen? Augustus? Kannst du mal bitte? Lass mal die Hunde rein Lass mal lecken Lass mal jucken Junge Was war das nochmal? Portugal? In Brasilien Ah, Italien, ok Ich hab mir das neulich Ich glaub gestern sogar war's Oder vorgestern Das Okayama-Rennen angeguckt Wo er erst mal fragt ob er Favus Franzose oder irgendwie sowas ist Und Kenny dann meinte Also eigentlich Aber es war ja noch bei WCC Dann meinte Kenny so ja gut eigentlich Verrät ihm schon die große Brasilienflagge quer über die Motorhaube Jaja, sehr witzig Ja, fahre mit dem Schlipper Johnny und Weide Österreicher Hey! Der heißt so gesehen Jonathan Herbert Das könnte auch in Österreich schon ein Name sein Wobei das alle Leute im coolen Englisch schon aussprechen, ey Ich bin der Alter als Maul Ich hab dich da nicht so Oma Das Oma Das Oma Leute Jake schon wieder hier in Weltmeisterschaftsform Wahnsinn Wer ist doch rumsützen hier Automatik, ey Er ist es ja nun mal Und zieht uns da ab Deswegen hat er ja momentan nach 5 Minuten ja auch nur 6 Sekunden hier Auf mich Vorsprung, sonst wären es schon 16 bestimmt Du sagst es, Joker Der vergewaltigt uns quasi bis zur Hornhau Hahahaha In Rape 07 Wenn der Weltmeister schon feststeht Wenn der Weltmeister schon zweimal klingelt Ja Chu doch nicht so Aua Oh, jetzt geht mit den Überrundungen los Hm man berner ja schon spaß mit mir alleine das ist aber schön ich weiß halt wie es braucht muss man niemanden einlernen meine hand ist doch die allerbeste ich hab dich ja so lieb stellt keine blöden fragen muss man nicht einlernen muss man nicht füttern hat immer bock hat nie migräne heute nicht braucht keine kuschelanheiten haben sex bin ja ich wenn ich mal keine lust habe dann besorge ich mir halt trotzdem und spiel mir was vor oder raucht und qualmt und scheißt der pfett hat sich da irgendwie ein eingebaut weiter weiter sind die denn hier war es sinkt der abstand lololo das lieb mich ja dein einsatz dann gebe ich ja ich tue alles davon auf die bremsstreifen zu sehen im jockey in der hose ich war doch zu riechen pfff 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 jedesmal diese kurve gibt eh nur zwei kurven hier pfe pf 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 lasst mich durch ich bin da wird man auch einige mal überrunden dann gehen auch die k an die box dann gleich wieder überrunden aber so an sich ganz netter kurs weg woher und schön da ist gut jetzt ist die aufhängung noch mehr mädchen die ist bei mir tot seit ich den werner getroffen habe das war richtig beinhart auch gut wahrscheinlich sechs von zehn auf gott ist in der box 8 von 10 hier einfacher desto bist du da kommen sie wieder raus auf der anderen seite wieder raus du fahrt doch schneller hier werner stell dir mal die frage was ist unsichtbar und riecht nach hause kann ich hier vor uns ja nein nein oh alter sektor 1 und sektor 3 da quals alter was haben die denn also in die kiste fahren tun die sich hier aber und du führst trotzdem mit zehn sekunden weg 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 du speck es war ein grüner weg du auch hat mir doch alles was das kalk lässt hat mir einfach so eine die arschlich ach so fahrt ach du vollidiot tom chick nein das ist ein hadouk chick ach so jake wie viele punkte was 5 5 na dann gebe ich 8,5 das wird denn echt ganz cool und beißler und zehn danke beißler und kenny was wie viele punkte ach so bitte zehn nachdenken na laber mich doch nicht voll tschüss log 1 letzte runde ich begegne meinem eigenen ich so weit ist es schon gekommen er hat sich schon selber überholt nino ich werde aber halt auf alle drei auf der einer gleichen stelle vorne links ne ist das Also das Curitiba-Oval, Autodromo Internationale de Curitiba. Ist ja ein scheiß Name übrigens. Gehen wir noch mal die Strecke. Und vielen Dank an Jake, an Kenny und an Walwolle. Ja, ja, bitte. Und vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Kommentiert euch. Ja, bitte. Danke, wie ihr sie findet. Nee, mach ich nicht. Hab ich jetzt Zeit für. Ja, dann halt nicht. Ich fand sie geil. Wieso sind bei euch 10 Runden rum? Was? 15 Minuten. Okay, wie schnell sind denn in meiner Zeit 15 Minuten rum, Alter? In der Fantasie geht das alles ein bisschen schneller. Oh mein Gott, Fantasie, Alter. Nicht nackt. Du hast ja auch letztes Verletz, dass du noch abends in der Conti warst. Jetzt kriege ich wieder kein Taschengeld. Mann, oh. Scheiße. Du kannst jetzt anschaffen gehen und ich behalte alles. Okay. Du kriegst immer 5 Prozent. Scheiße. Na gut. Dann habt ihr es auch noch mitbekommen. Den Familienstress vor Weihnachten. Hab ja auch noch Firmeninterner ausgesprochen. Frohe Weihnachten, ihr Ficker. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hab gar nicht hingekommen, die da auch zu. Tschüss. Halt die Fresse. Ciao.